Militärfestung, klar, das ist ein riesiges Ding und gerade wo ich den Kultisten enthüllt habe, habe ich mir mal durchgelesen, kann ich euch kurz zeigen, die Dayanaira oder so, Dayanaira, so, die ist hier in Boizien, ja, und da, ich nehme mal an, das kann sein, dass die hier in der Festung ist, das ist durchaus möglich, so, jetzt gucken wir uns mal hier rum, ja, schwupp, da, klick, klick, ja, ich gehe hier richtig durch, und jetzt lassen wir Icarus nochmal fortan fliegen, ist schon riesig, das Ding, ja, ich frage mich nur, wo hier der Startschatz ist, Oi, 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 na, hier ist nochmal, ja, ich habe immer noch nicht den Startschatz, oder habe ich den übersehen, jetzt im Moment, ne, ne, wundert mich, dass der hat, ist aber jetzt ein bisschen komisch, das hier kein Startschatz ist, aber für die, ne, brauche ich nicht, ne, du komm hoch, so, ist weg, fangen wir mal an damit, geh runter, bist du blöd, nix, äh, äh, geh bitte nicht, ist der Akatenite, so, Ist da oben einer? Da oben ist was, Big Buddy, warst man der Big Buddy, schön fett durchgezogen, ja so am liebsten würde ich ja erstmal die hier machen mache ich auch ja zeig, immer direkt wundere mich echt, dass hier kein Staatsschatz ist ne, ernsthaft oder ich habe noch nicht gesehen ist auch möglich ja zeig der kommt hier hin kommt der hier hin, hoffentlich kommt keiner im Rücken, das ist viel wichtiger damit keiner in den Rücken fällt oi 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 da ist mits 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 Weg! Lohnt sich! Kommen die hier hin, oder? Wo gehen die? Die gehen beide in diese Richtung. Ne, der eine kommt hier hin. Ja. Leg dich da hin, sei brav. Und ist gut. Ne, der geht weiter. Ja, doch nicht. Gut, du bewachst die da. Nein, nein. Alles gut, mein Freund. Der läuft da oben her. Der kommt auch hier hin. Scheint eine gute Ecke zu sein. Eie! Ja! Och, das tut... Ja, wird immer weniger. Ja, das ist sehr gut. Ich komme an die Dinge da vorne. Nicht dran an die Reserve. Ne. Okay. Ja, kommt. Geht da lang. Sauf, den hole ich mir. Das lasse ich lieber. Das lasse ich lieber. Aua! Aua! Scheiße! Das war dumm. Das war ganz dumm. Das war ein. Aber. Das ist schön. Ja. Das war's. Ja. Dann wird aufgerissen. Aber... Super. So, sonst nur irgendwas hier da unten. Der eine. Wo steht der? Da drin. Da. So. Oh, hier ist kein Kräuter. Du kommst hier hin. Yes. Zeig. Aufheben. Und tschüss. Meine Güte. Nee, ist ja wieder... Hier ist ja wieder alles in der Reihe. Oh. Ach. Jetzt hätte es nicht. Ja. Ist schon wahr. Zack. Weg damit. Guck mal. Ich guck mal eben's. Sollte man mitnehmen. Auf jeden Fall. So. Dann holen wir uns jetzt die Keule. Ja. Oh. Ein Siegel sogar. Ein schönes Siegel. Piep, 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 piep. Hm. Nee, hier ist nix. Das geht nicht. Komm, wo? Nee, nee, nee. Hm. So liebe ich das. Es läuft. Aber ich hab, wo ist das Feuer? Da hinten. Ich trottel. Ja, ich will zum Feuer. Auf jeden Fall. Da gehen wir jetzt hoch. Da sind noch ein paar Sachen drin. Zack. Hier ist der Schatz. So. Haben wir. Nein, 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 nein. Hm. Ja, wenn die so auseinandergezogen sind, ist das blöd. Auf jeden Fall. Ja, das ist echt blöd. Der Pfeifländer drüben. Ja, ich. Komm her. Hier. Wo die Hand leuchtet. Ich leuchte blau. Hm. Wo, 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 wo. Boah, Schweine. Zucker im Kaffee. Oh yeah. Nein, nicht da hoch. Nicht da hoch. Nicht da hoch. Genau. Dann machen wir jetzt mal hier rum. Ja, wenn du nicht laufend unsichtbar bist, dann wird das schon ein bisschen haariger. Oh, da musst du alles normale nutzen. Um in Deckung zu gehen. Oh, ja, oh. Oh. Oh, Scheiße. Aha. Wenn ich jetzt pfeife, alarmier ich die. Ja. Hm. Ja, ist ja gut, richtig. Ich meine, nicht so war das nicht. So schlimm war das nicht. Da bewegt... Ja, Schitte. Äh. Sinn. Macht schön weggeholt. Macht Sinn. Wehe, du bewegst dich jetzt, Junge. Dann hau ich dir aufs Maul. Sabata. Jetzt kannst du richtig Luft holen, das sag ich dir. Geile Kiste. Ja, wir sind gleich hier durch. Hm. Zorn. Zorn. Viel zauber. Da hinten. Wat? Schnauze. Ja, hab ich ja gemacht zu den Waffen. War ja sowas von richtig. Du hast ja recht. Man sollte dann zu den Waffen greifen. Aber den sehen die. Ja, ja. Schnauze-Geule. Du brauchst dich nicht inlegen. Ist nicht notwendig. Das ist jetzt feierabend. Aua. Entschuldigung, mein Ohr hat gejuckt. Ja, 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 ja. Hm, der eine Befehlzauber da oben noch. Der ist noch very interesting. Auf jeden Fall. Aber wundert mich, dass die nicht hier im, im, in der Festung ist. Nee. Aber wo ist die? Hm. Wow, schau. So, wisst ihr, mir fehlt noch ein Schatz. Sag ich doch. Eindeutig fehlt mir hier noch ein Schatz. Und das müsste der Startschatz sein. Aber wo ist der? Der hier leuchtet nichts mehr auf. Der könnte nur da noch drin sein, aber... Da? Nee. Der könnte eigentlich nur noch da drin sein, normalerweise. Ja, oder unterirdisch? Ich weiß es nicht. Er fehlt mir eindeutig. Hm. Hm. Wisst ihr was, ich hole euch wieder dazu, wenn ich den finde, weil das ist echt komisch, warum ich den nicht jetzt finde. Ja. Ja, ich bin jetzt durch den unterirdischen Eingang gegangen. Und den ich durch Zufall gefunden habe. Und auf einmal, hat er den Schatz aufgetan, den er mir vorher nicht gezeigt hat. Da, in den... In dem Zelt. Ja, siehst du? So, da haben wir es doch. So, die Festung klar ist, erledigt. Wunderbar. Hehehehe. Super. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die, äh, die Gänz ist. Der Kultist. Die Kultistin. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist. Und dann muss ich mal gucken, wo, hier im Boizien noch die Gänz ist.